Musik Willkommen bei der Dampfer Schule. Die letzte Folge. Die letzte Folge. Ich grüße alle, die jetzt heute hier mit dabei sind. Und ja, die letzte Folge ist ein bisschen anders natürlich als alle bisherigen Folgen. Die Themen sind an sich durch. Die Themen sind durch. Für alle, die jetzt relativ neu hier mit dabei sind. Ja, es gibt schon hier über 40 Folgen von der Dampfer Schule. Die bleiben selbstverständlich erhalten und zwar auf YouTube. Ja, also da immer wieder dann zum Nachsehen. Bitte dort einfach die Dampfer Schule eingeben auf dem Kanal. Ich rauche nicht. Und ihr könnt alle Videos, ich hoffe, noch für lange Zeit dann dort nachsehen. Ja, was habe ich mir aber heute hier überlegt? Ich habe gefragt, welche Themen hatte ich vergessen? Was haben wir hier nicht durchgenommen? Ja, und das werden wir heute tun. Denn ich gebe zu und das macht mich aber auch froh, allzu viele Themen wurden nicht vermisst. Also es kamen eher so Nachrichten wie, ich danke für die Sendung und so weiter. Und das hat mich alles wahnsinnig gefreut. Nichtsdestotrotz habe ich drei Themen hier heute noch mitgebracht. Allerdings nicht großartig vorbereitet, da reden wir jetzt einfach so hier so gemeinsam darüber. Ist ja in der letzten Stunde, sonst fährt der Medienwagen rein. Heute machen wir halt hier einfach ein Gequatsche untereinander. Das erste Thema, das ich nicht zugeschickt bekommen habe, aber das ich zurzeit gerade selbst erfahre, haben wir schon einmal hier beim letzten allgemeinen Stream hier ein bisschen besprochen. Das ist das Thema als Nichtraucher mit dem Dampfen beginnen. Denn ich dachte selber, dass das hier die große, große Ausnahme sei. Habe dann allerdings so überlegt, dass das eigentlich Unsinn ist. Denn wenn man mal so nachdenkt, ja, jeder Nichtraucher wird ja dann auch irgendwann mal zum Raucher, wenn er halt dann startet. Also irgendwo gibt es einen Prozess, irgendwas macht das aus. Und man hat dann plötzlich mal Lust, etwas auszuprobieren. Und ich sage es mal so, eine Kollegin von mir, die nie geraucht hat, maximal irgendwann mal an einer Shisha gezogen hat, hat jetzt den Spaß am Dampfen entdeckt. Und freut mich nur dahingehend, dass ich sie da quasi ein bisschen begleiten darf und ihr halt so ein paar Tipps gebe und ein bisschen was erzähle und ein bisschen was bringe und mal zeige, was es eben Besseres gibt als Disposable. Auf diesem Stand der Dinge sind wir jetzt. Ja, das ist so der aktuelle Status und mag ich und das gefällt mir und das ist cool. Jetzt nicht, dass der Nichtraucher beginnt zu dampfen. Das ist jetzt nichts Erstrebenswertes, aber tatsächlich, wie sie selber gesagt hat, besser mit 33 zu dampfen beginnen, als mit 16, 17, 18 zu rauchen. Und da bin ich zu 100 Prozent ihrer Meinung. Frage jetzt hier an euch. Kennt ihr persönlich Nichtraucher, die einfach irgendwann mit dem Dampfen begonnen haben? Beziehungsweise seid ihr vielleicht selber genau so jemand? Das würde mich jetzt mal interessieren. Dampfgere schreibt, aber sinnlos. Habt ihr auch Kollegen auf der Arbeit? Ja, sinnlos, sinnvoll. Wie sinnvoll war es denn mit dem Rauchen zu beginnen? Was natürlich weit, 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 weit die schlechtere Wahl ist. Ja, also und ich spreche jetzt auch nicht davon, dass sie jetzt hier durchdampft den ganzen Tag. Aber halt eher so abends irgendwie auf der Terrasse oder halt in der Arbeit hin. Also wirklich so zwischendurch. Why not, ja? Erst ohne, dann mit Nikotin. In ihrem Fall gleich mit Nikotin, was ihr aber jetzt ihr auch nicht schadet, ja? Patricia kennt niemanden. Carlos Cornil, nö, kenne keinen im realen Leben, kenne keine Person. Also, im letzten Stream, kann ich mich erinnern, war sogar jemand hier mit dabei, der auch geschrieben hat, ja, er selber war genauso, Nichtraucher und hat dann eben begonnen. Also, jetzt muss man ganz klar sagen, ja, diese Fälle gibt es. Sie sind trotzdem die Minderheit, natürlich, weil ja das hier letztlich ein Ersatzprogramm sein soll für das eigentliche Rauchen. Bewertung habe ich eher keine, tatsächlich. Jeder darf machen, was er will, sofern das halt irgendwie alles im legalen Rahmen abläuft, ist alles gut und warum nicht. Und wir, die jetzt hier so in dieser Blase sind, sagen ja immer wieder, es gibt keine nachgewiesenen Erkrankungen aufgrund von E-Zigaretten. Es gibt keine Todesfälle aufgrund von E-Zigaretten. Somit ist ein bisschen Schwierigkeit dann auch dann zu sagen, oh Gott, Finger weg. Denn, dass der Körper an sich jetzt nicht darauf aus ist, endlich etwas anderes als Luft einzuatmen, ist mir auch klar. Das ist mir vollkommen klar. Aber andererseits, ich denke tatsächlich nicht, dass der Körper auch nur ansatzweise so geschädigt wird, wie durch die Tabakzigarette. Und somit glaube ich, oder bin ich eigentlich auch da wirklich so guter Dinge und helfe halt dann auch ganz gerne ein bisschen mit Rat und Tat, sagen wir es mal so. Ja, und Patricia eher seltener, klar, ja, definitiv, es ist ein seltenes Aufkommen, aber die Zigarette schafft es auch. Wisst ihr, die Zigarette ist ja genau so. Ja, sie verleitet Jugendliche, denn die meisten beginnen ja im Alter als Jugendlicher zu rauchen, ja. Und wenn man dann aber diese Phase geschafft hat und vielleicht mal einfach nur neugierig ist und dann hier mal so dran zieht und dann halt so sieht, okay, gleich mal hier mit Nikotin, mich stört das so gar nicht, also jetzt in ihrem Fall war das halt so. Komplett gut vertragen und eigentlich ganz angenehm empfunden und deswegen einfach dann weitermachen. Finde ich natürlich jetzt, wenn man das in einem Alter macht, noch dazu der Ausbildungsstand zeigt schon auch, wie soll ich sagen, es ist schon eine kluge Person, die das dann macht, ja. Also kurz und bündig, es ist einfach eine Ärztin, die das halt macht, ja. Also jemand, wo man sagt, okay, der hat auch das Background-Wissen an sich, was so Dinge anrichten könnten, wenn das jetzt hier Tabak wäre. Und in dem Fall ist es halt Spaß an der Freude und zwischendurch, ja. Und bringt mich dann auch gleich zu einem ganz guten Punkt. Es gab jetzt so eine Phase, wo sie nichts hatte zu dampfen. Und dann war ich dann aber auch gespannt, ein bisschen sie selber auch, wie es denn dann so sein würde. Gibt es sowas wie, ach, jetzt kratze ich dann aber schon, nein, gar nicht. Sie hatte zwar Bock drauf, halt wieder zu dampfen, aber tatsächlich absolut null, null, null Entzugserscheinungen. Tatsächliche, körperliche, merkbare. Auch ein guter und wichtiger Punkt, ja. Dampfgärer schreibt, kann ich aber irgendwie nachvollziehen, einmal das Kaffee-Liquid probiert, dann, boah, ist das lecker, das will ich auch. Ja, so in dieser Art und Weise, genau in dieser Art und Weise lief es eigentlich. Ich meine, ja, ich war halt insofern mit Schuld, dass wir halt gemeinsam unterwegs waren und sie halt dann mal gekostet hat. Aber normalerweise würde man jetzt sagen, wenn man da jetzt nicht irgendwie in so eine Richtung tendiert, dann muss ich halt wirklich sagen, dann käme man überhaupt nicht auf diese Idee, ja. Und sie kam auch nicht in Versuchung dann auf die Tabakzigarette auszuweichen, nein. Also tatsächlich, wirklich nicht Raucherin, also das ist jetzt gar kein Thema. Und im Gegenteil, sie hasst eigentlich auch den Rauch von Zigarettenrauch. Also nein, dieser Weg wäre dann tatsächlich natürlich der von oft, von vielen Leuten so propagierte. Jugendliche kommen zur E-Zigarette und von der E-Zigarette dann zur Tabakzigarette. Also das sehe ich tatsächlich nicht, das sehen aber auch sonst keine Leute außer die Gegner der E-Zigarette. Das ist so mal meine Meinung dazu, ja. Aber ja, das gibt es. Ja, Leute kommen als Nichtraucher auch zum Dampfen. Das ist mal ein ganz wichtiger Punkt, der auch nicht hier so totgeschwiegen werden sollte. Aber, wie gesagt, das Riesenproblem sehe ich trotzdem nicht. Also hier in der Runde auch massive Minderheiten, was dieses Thema so betrifft, ja. Das kam jetzt aber nicht von euch, das kam so von mir, weil mich das gerade so ein bisschen auch so beschäftigt hat, ja. Genau, Dampfgäre, vom Dampfen zu Pyrus kann ich mir nur schwer vorstellen, ja, also eher, eher nein, ja. Nächster Punkt, und der kam dann tatsächlich hier von euch, war das Thema Dampferzunge. Ist natürlich einerseits ein Einsteigerthema, das ist korrekt. Andererseits eines, das, wo ich mir auch immer wieder so gedacht habe, das füllt keine ganze Sendung. Darum jetzt hier die beste Gelegenheit, das hier so mitzunehmen, ja. Was ist denn die Dampferzunge, ja. Ich sage mal so, ich sehe da für mich zwei Definitionen. Eine kenne ich, das ist quasi so die, die ich selber auch erlebt habe. Die andere ist so die offizielle, die ich allerdings nie selbst erlebt habe. Auch da bin ich jetzt auf eure eigenen Erfahrungen gespannt. Was soll die Dampferzunge sein? Ihr dampft, ihr dampft, ihr dampft, ihr dampft, verschiedenstes Liquid und so weiter. Und plötzlich schmeckt ihr nichts mehr davon. Maximal kühl oder eben sehr mentholhaltig kann euch dann halt noch irgendwie eure Geschmacksknospen da irgendwie aktivieren. Und ihr kriegt das mit, aber ansonsten kriegt ihr das nicht mehr mit und ihr schmeckt nichts mehr. Meine persönliche Erfahrung mit dem Thema Dampferzunge ist, wenn ich, das habe ich immer wieder, wenn ich mal in den Urlaub bin, und dann vielleicht nur ein oder zwei verschiedene Liquids mithabe. Und ich über längere Zeit genau nur diese eine oder zwei, meistens ist dann eins davon, das von mir wirklich favorisierte, und das dampfe ich dann Tag und Nacht und überhaupt, dass ich dann das eine wirklich nicht mehr schmecken kann und die Nuancen nicht mehr schmecken kann. Vielleicht maximal mitbekommen, dass es süß ist eben in meinem Fall und das war's. Wechsle ich aber dann auf ein anderes Liquid, habe ich sofort wieder dann genau das Geschmackserlebnis, das ich erwarten darf. Also das kenne ich, dass sich so der Geschmackssinn scheinbar so daran gewöhnt und das einfach nicht mehr wahrnimmt, was man da jetzt einfach genau für Geschmäcker hat. In der Blindverkostung könnte ich dann in dem Fall wahrscheinlich nicht mal mehr irgendeine Frucht oder irgendeinen Kuchen oder irgendeine Schoko hier wirklich rausdefinieren, nur noch sagen süß und Nikotin. Das ist meine Erfahrung damit. Habt ihr schon diese berühmte Dampferzunge selbst erlebt? Patrizia schreibt, ich hatte ganz am Anfang, nach glaube ich zwei oder drei Monaten eine, bin so erschrocken und war froh, dass ich dann auf YouTube was dazu gefunden habe. Dampfgäre schreibt, ich wechsle eh ständig vier bis fünf verschiedene am Tag. Ja, und deswegen trifft es mich wahrscheinlich auch nicht so oft. Allerdings, wenn ich natürlich jetzt vier oder fünf verschiedene habe, die dann aber doch wieder ähnlich sind. Also jetzt vier oder fünf verschiedene Kaffee, vier oder fünf verschiedene Cookies, vier oder fünf verschiedene Schoko-Rum-Noten und Vanille überall drinnen. Dann tue ich mir aber dann auch schwer, wenn ich das über längere Zeit dann dampfe, das dann wirklich noch zu unterscheiden. Aber wie gesagt, einmal dann der Wechsel auf ein anderes Liquid mit ganz anderen Nuancen und es klappt wieder ohne jegliche Probleme. Und es gibt sie aber wohl, denn ja, die Patrizia schreibt ja auch, sie hat es ja selber ausgetestet bzw. erfahren müssen. Ist mir passiert, obwohl ich täglich verschiedene Aromen dampfe, auch was mit Menthol zum Beispiel. Manchmal schwächeren Geschmack oder schmeckt nach Spüli. Auch das kenne ich, aber dann bin ich halt eher wieder, Achtung, Anfänger-Thema, so bei dem Thema, dann ist die Kräuhe vielleicht durch, dann ist auch dann die Watte vielleicht so durch. Wenn so der Geschmack so ganz abweicht von dem, wie ich es mir eigentlich erwarten darf, wenn es ein bisschen schwächer ist, dann habe ich es vielleicht auch übergedampft, diesen Geschmack. Gibt es, selbstverständlich. Geschmäcker ändern sich auch. Also in meinem Fall ganz am Anfang hier Red Astaire war sehr populär, kann ich heute überhaupt nicht mehr dampfen. und wie heißt das andere jetzt noch? Nochmal, das blaue, wie heißt das blaue Zeug? Frage an den Chat, weil ihr seid, glaube ich, schneller jetzt als ich. Auf jeden Fall, ich kann das nicht mehr dampfen. Heisenberg, Heisenberg war das, Heisenberg. Ich kann es nicht mehr dampfen, egal ob das DL-Versuche sind oder, ja, aber ich war gerade noch schneller. Aber ja, danke für die Hilfe. Also das kann ich nicht mehr dampfen, egal ob MTL oder DL. Was aber ganz am Anfang absolut, absolut super war für mich. Richard Mote schreibt, Herr Lehrer, Herr Lehrer, ist eine Zunge mit einem Coil-Branding, weil man ohne Cap dampfen wollte, auch eine Dampferzunge. Ist auf jeden Fall eine Dampferzunge, mit der man mal so kurz zum Arzt dürfte oder viel kaltes Wasser trinken sollte. Sagen wir es mal so drum. Ich habe das tatsächlich mal erlebt, also hier wieder, kleines Anfänger, hopperla in meinem Fall. Was hatte ich für ein Problem? Ich hatte mal so eine Phase, halt auch mit DL und da natürlich Tröpfler. Einen RDA, wo ich tatsächlich mal vergessen hatte, die Kappe wieder aufzusetzen. Und das tut, nicht das tut weh, sondern das tut weh. Aber es war nicht die Zunge, es war die Lippe. Ja, und tatsächlich hatte ich dann hier über längere Zeit so einen kleinen Abdruck, so eine, man hätte es auch drüber tätowieren können, das hätte auch schon ein bisschen nach irgendwas ausgesehen. Das ist allerdings wirklich, wirklich Katastrophe gewesen, richtig schmerzvoll. Man lernt daraus, also hier, Anfänger-Talk. Man lernt daraus, auf jeden Fall. Ansonsten so viele, bei mir war es auch die Lippe am RDA. Ja, da muss man einmal durch. Dann merkt man es sich, genauso wie hier verbrannte Finger und sowas, also Fingerkuppen auch immer und immer wieder. Ja. Real-Talk-Schule ist gnast. So schlimm wird es nicht werden, hoffentlich. Töne es nicht von meinen Geschichten aus hier. Auf jeden Fall, die Dampferzunge an sich ist ein Phänomen, das gibt es. Ganz, ganz wenige haben das aber tatsächlich. Und viele, wie es hier auch so bestätigt wird, eher so wie ich es halt eben kenne, einfach so satt gedampft von einem Geschmack, von einer Geschmacksrichtung. Jan schreibt, Servus. Ich halte die Gewöhnung für ein weit verbreitetes Phänomen, da hilft ein Liquidwechsel. Genau, also man muss ja da noch nicht ganz weg davon. Also wenn ich jetzt hier irgendwie Kokos gerade ganz gerne habe, ja, und das dampfe ich halt über längere Zeit und dann schmeckt es mir nicht mehr, ja, dann reicht mir persönlich zwei, drei, vier Tage mal was anderes, aber das ist halt jetzt wieder bei jedem ein anderes Empfinden und dann kann ich wieder dann zurück und dann freut es mich auch und dann ist alles gut. Ja. Das ist wie so oft hier in der Dampferschule ein wichtiges Thema, Selbsterfahrung selber ausprobieren, aber bitte nicht erschrecken, wenn ihr mal hier wenig schmeckt, nein, dann ist mit euch nichts passiert, außer, dass wahrscheinlich eure Zunge ein bisschen langweilig wird bei diesem Thema. Ja, das kann sein. Ein Punkt noch, der jetzt kommt, der mich sehr verwundert hat, ich würde mal sagen, auch nicht wirklich ein weit verbreitetes Thema, aber etwas unter meinem letzten Dampferschule-Video. Auf YouTube gab es einen Kommentar mir, der mich ein bisschen nachdenklich gemacht hat. Kurz gebe ich zu, aber trotzdem möchte ich dann darüber reden und was haltet ihr denn davon? Also, da hat jemand geschrieben, dass er wieder weg ist vom Dampfen, weil er dann doch Bestandteile der Tabakzigarette vermisst. Und die Person hat noch extra geschrieben, nein, es wird nicht das Nikotin vermisst, denn das ist reichlich vorhanden, laut seiner Aussage im Liquid, sondern andere Bestandteile, wie zum Beispiel Thea. Ja, und da habe ich jetzt ein ganz großes Fragezeichen hier. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Erstens, wie kann ich auf die Idee kommen, dass ich sage, ich vermisse den Thea und das braucht mein Körper so sehr, dass ich wieder zurückgehe zur Tabakzigarette. Und was genau ist der Thea? Das sind die Rückstände aus der Verbrennung der Tabakzigarette. Also, was an meinem Körper sollte mich denn süchtig machen nach diesen Rückständen, dass ich dann eben sage, okay, das brauche ich wieder und das bietet mir die E-Zigarette nicht. Mir fehlt da ein bisschen tatsächlich jetzt die kognitive Leistung meinerseits, dass ich hier Verknüpfung herstelle. Oder, man könnte es auch so dann zusammenfassen, vielleicht ist ganz einfach, der will ja nicht so richtig da gewesen und man hat dann irgendwie gesagt, okay, irgendeinen Grund brauche ich jetzt, warum die E-Zigarette es dann offiziell nicht sein soll und ich gehe halt dann wieder dann zurück zur Tabakzigarette, denn ich brauche den Thea. Aber das Husten in der Früh geht mir relativ selten ab, möchte ich mal sagen. Und ansonsten, was, was, Nikotin, das ist das Stichwort. Ihr da draußen, die jetzt hier noch Raucher seid und umsteigen wollt auf die Zigarette, das Nikotin ist das Stichwort, das ihr nicht von Anfang an weglassen solltet, denn ansonsten ist natürlich die Gefahr sehr groß, dass ihr wieder rückfällig werdet. Absolut korrekt. Darum gibt es ja Nikotin-freie und auch Nikotin-haltige Liquids in verschiedensten Dosen. Aber andere Bestandteile sind eher für euren Körper definitiv und wirklich oft nachgewiesen schädlich, also bis hin zu im schlimmsten Fall tödlich und das, da wird euer Körper nicht danach lechzen und da wird nicht der Körper irgendwie sagen, das will ich wieder haben und bitte gib mir das und das Nikotin reicht. nicht. Wie gesagt, das war jetzt auch nur so ein Kommentar, der mich trotzdem nachdenklich hat werden lassen, weil, und ich lese es jetzt hier auch schon so in den Kommentaren, also so richtig kann es hier auch kein anderer scheinbar so nachvollziehen oder nachfühlen, dass man sagt, das geht mir ab. Ich habe es, außer in diesem einen Kommentar, der aber trotzdem recht ehrlich war, glaube ich, also jetzt hier nicht so ein Troll, ja, so wie jetzt eben hier und danke Patrizia für deine Arbeit, ich glaube, das war schon ehrlich und der glaubt das vielleicht auch selber, aber bitte, ich kenne sonst niemanden, der das sonst so meint, ja. Tobi schreibt, bin mal 10 Jahre Dampfer, dampfe alles querbeet, nur sobald Colada drin ist, bekomme ich Ausschlag und extrem trockene Haut mit Menthol ist alles perfekt, ja. Aber niemals würdest du jetzt, Tobi, auf die Idee kommen, zu sagen, und jetzt fehlt mir irgendwas bei der Tabakzigarette wahrscheinlich und ich muss jetzt wieder weg oder wieder hin nach 10 Jahren dampfen, behaupte ich mal, ja. Naja, wenn Kippengeschmack vermisst wird, dann vom Pot sollt Zigarette, von Pot sollt Zigarette dampfen, ja. Das, das gibt es, das gibt es natürlich schon, dass dir dieser Geschmack abgeht, denn keine E-Zigarette schmeckt wie eine Tabakzigarette. Das wirst du nicht finden und das ist auch gut so für fast alle, ist aber das Erste, was man immer sucht, wenn man so umsteigen möchte, bitte, ich möchte jetzt etwas, das so schmeckt, wie meine Goloar, ja, wie meine Marlboro und so weiter. Das ist immer so schwierig dann. Dieser Geschmack, ich hatte, ich hatte auch gehofft, wie ich umgestiegen bin, dass ich einfach irgendwas finde, wo Tabak draufsteht, als Liquid, dass es dann auch so schmeckt, wie die von mir gewohnten Tabakzigaretten, gibt es aber so nicht. Das würde wahrscheinlich, tatsächlich ist es vielleicht so eine Art Marktlücke, so für Umstiegshilfe, nicht für dauerhaft, denn dauerhaft, also jetzt, wenn ich hier von Kokos und von Erdbeeren und von was auch immer komme, dann werde ich nicht dann in die Versuchung kommen, ein A ist, gibt es aber ein neues Kippengeschmacks-Dingsbums-Liquid, werde ich dann wahrscheinlich nicht kosten. Aber so für die ersten ein, zwei Wochen vielleicht, wo man sagt, man geht hier rüber und man möchte es mal ausprobieren und wenn das dann tatsächlich so schmecken würde, für uns hier alle wahrscheinlich beschissen schmecken würde, aber vielleicht wäre das gar nicht so eine schlechte Idee, denn jetzt immer nur zwangsweise, wie es hier kurz mal so angedeutet wurde, hier auf TryHit dann zu gehen, ist ja nicht da die Lösung, denn dann habe ich wieder die schädlichen Komponenten. Achtung, verbrannte Watte, wer es nicht mehr weiß, nachsehen in den Videos davor von der Dampferschule, also verbrannte Watte hat natürlich dann einen ekelhaften Geschmack, wo vielleicht viele Raucher sagen würden, hey geil, endlich schmeckt es hier wieder nach Kent, aber das ist dann auch wieder schädlich und das ist auch nicht dann die allerbeste Idee. Das sind jetzt aber diese drei Punkte. Tatsächlich, ich habe ansonsten scheinbar was für Einsteiger gedacht war und ist diese Serie jetzt hier, diese Sendung, tatsächlich abgedeckt mit Einsteigerfragen. Ich wurde auch ein paar Mal angeschrieben und da wurde ich halt dann so gefragt, ja, wie sieht es dann aus, ob da nicht doch so einer hat es ganz, ganz cool und so genannt, so zweite Staffel hier kommt. Nein, also die Dampferschule tatsächlich heute endgültig letzte Folge. ist eine abgehackte Sache, nur, ich schwächse selber gerade mal ab mit einem einzigen nur, nur wenn sich die Technik tatsächlich so grundlegend ändert, dass es wieder Sinn macht. Ja, wenn das Dampfen an sich in eine andere Generation übergeht und dann wieder was Neues passiert und zwar ganz was Neues, dann macht das vielleicht wieder Sinn, da wirklich Einsteiger einzuschulen mehr oder weniger oder einfach Themen hier dann genauer durchzunehmen. Bei allem anderen macht es meiner Meinung nach keinen Sinn. Der Dampfger ist eh schon froh, der will schon in die Ferien. Na gut, Ferien würde ja bedeuten Pause und dann geht es weiter. Es geht weiter, aber nicht mit der Dampferschule. Im Herbst wird es tatsächlich eine wieder neue Sendung halt so geben, die immer wieder wöchentlich oder hier wie jetzt 14-tägig stattfinden wird. Das mal auf jeden Fall. Ich habe aber auch gesagt, letzte Folge, dann machen wir irgendwas Besonderes und bis jetzt war es halt wie so immer, man quatscht und gut und macht und ja, das Besondere kommt jetzt und das Besondere ist für mich mal ein besonderer Dank an euch alle, die hier immer wieder im Chat live mit dabei sind. Nein, ich sehe es nicht, weil selbstverständlich sich dann hier Samstag 14.30 Uhr bei schönem Wetter, bei grausigem Wetter, bei Sommer und Winter hier herzusetzen und mit mir hier das hier so durchzuziehen. Also ihr seid natürlich der Hauptpart. Mein Part ist im Vorfeld vorschreiben und dann hier mehr oder weniger darüber erzählen. Interessant ist immer wieder aber auch eure eigenen Erfahrungen hier damit einzubringen und das hat mir wahnsinnig gefallen. Das war super. Danke, danke, danke an jeden Einzelnen, der hier mit dabei war, hier mitgeschrieben hat, aber auch diejenigen, die hier mitgeschaut haben. Ja, auch die, die hier mitgeschaut haben, keinen Bock hatten mitzuchatten, keine Möglichkeit hatten mitzuchatten, gibt es doch auch bei mir, dass ich mir meinen Stream aus dem Hintergrund ansehe und da nicht immer dann mitschreibe, aber mich trotzdem hier sehr gut unterhalten fühle bei vielen, vielen Streamings von anderen Leuten und auch danke eben an all die, die das hier quasi mit ermöglicht hatten, denn ansonsten hätte ich jetzt jedes Einzelne hier nur als Video aufgenommen und dann hochgeladen, wäre definitiv anderes, ganz anderes Outcome dann gewesen. Ja, genau, Lurker sind auch toll, absolut und sind auch wirklich wichtig, weil natürlich auch die Zuschauerzahlen nicht unwesentlich sind beim Livestream. Und nicht nur ein verbaler Dank geht jetzt aber hier raus an euch, Prost mal mit H2O. Ich habe mir noch etwas überlegt und zwar genau, ihr sollt heute auch etwas bekommen, einer von euch, einer von euch wird heute hier etwas von mir bekommen und zwar nicht als Auslosung hinterher und YouTube, das hatten wir schon mal, heute geht es wirklich hier nur um euch hier live im Chat. Ein kleines, aber ich glaube feines Überraschungspaket meinerseits wird heute hier, nennen wir es mal verlost, wie, sage ich euch gleich, tatsächlich ein Überraschungspaket. Ich werde jetzt nämlich nicht sagen, um was es geht, das wird dann derjenige oder diejenige dann sehen, wenn das Paket ankommt. Auf jeden Fall ein Verdampfer, ein Akkuträger, ein Aroma beziehungsweise Liquid. So, ja, das ist auf jeden Fall da drinnen, also ein dreiteiliges Überraschungsset. Ich hoffe oder ich glaube mal, dass das jetzt hier nicht das Schlechteste ist, was ich hier ausgesucht habe. Und wir machen das jetzt hier einfach ganz, ganz, ganz schnell hier im Chat. Also, es dürfen alle mitmachen natürlich, auch die sonst nicht schreiben. Jetzt habt ihr alle hier mal die Chance, hier mitzumachen. Tatsächlich gewinnt jetzt hier nicht der Erste, das wäre fast zu langweilig, sondern der Dritte. Der Dritte, der jetzt hier das richtige Wort in den Chat schreibt, und das ist ja hier wunderbar und wunderschön hier nachvollziehbar, der Dritte, der das Wort jetzt hier korrekt hier reinschreibt, gewinnt. Kurz und bündig schickt mir dann, diese Person schickt mir dann einfach eine PN, ab 18, muss ich sagen, ist natürlich Voraussetzung, und danach die Adresse her, und es wird losgeschickt. Und ich verspreche, trotz des Obertreus Richard Mottel hier, ich verspreche, es befindet sich kein Disposable da drinnen. Das Wort muss erkennbar sein, und, also, ich sage mal so, es könnte theoretisch hier zu einem Schreibfehler kommen, das würde ich übersehen. Das wäre okay, ja, aber es muss schon klar sein, dass das Wort hier gemeint war. Also, das Wort schlicht und einfach Abschlusssendung. Der Dritte, der dieses Wort jetzt hier hineinschreibt, ich wiederhole es jetzt hier nicht, der das Wort jetzt hier hineinschreibt, hat gewonnen. Schauen wir mal. Ah, knapp, aber, Tobi 73, Tobi 73, wenn ich es jetzt richtig sehe, denn, Patrizia war der Erste, Carlos Corniller Zweite, Stiller Schrei schreibt nur Sendung, und, Tobi, Abschlusssendung korrekt geschrieben, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, ohne meine Leserbrille, ich gratuliere. Tobi 73, wir gratulieren herzlichst, sage ich mal, im Sinne hier, oder im Namen aller. Du bekommst das Paket, du darfst dann sehr gerne mal sagen, ob du zufrieden bist mit dem, was da drinnen ist, oder nicht, wie auch immer, Feedback würde mich natürlich freuen, und heute ist Samstag, logischerweise, sonst wäre hier keine, keine Dampferschule, ich bin mal Realist, Mitte nächster Woche geht es aber erst raus. Das muss ich ehrlich sagen, Mitte nächster Woche wird es erst rausgehen, alles andere wäre jetzt sinnlose Versprechung, noch nie was gewonnen, minus heute, also heute schon, also ja, cheers auf dich, ja. Was soll ich sagen, normale Dampferschule-Folgen dauern so 30, maximal 45 Minuten, ganz seltene Ausreißer, dem werden wir heute aber auch ein bisschen, wie sagt man, ja, treu, wir bleiben dem treu, doch, ich glaube, gerecht, wir werden dem gerecht, so, ja. Robert hat sicher was ganz Geniales, ja, also ich glaube, wie gesagt, ich glaube schon, dass es gefallen kann und wird, aber das weiß man ja nie, theoretisch, jetzt rein theoretisch, nein, es ist jetzt hier keine Stranger Mods dabei, das muss ich gleich mal ein bisschen abschwächen, ja, jetzt rein theoretisch verschicke ich jetzt hier eine Stranger Mods und dann kriegt das irgendwie jemand, der schon zehn gleiche hat, ja, also man kann sowas nicht versprechen, aber ich hätte Freude gehabt, sagen wir es mal so. Leute, das war es tatsächlich, das ist es, das war die letzte Folge der Dampferschule. Ich möchte nur etwas noch so sagen, weil es gerade so ein bisschen durch die sozialen Medien huscht, nein, wir haben zurzeit kein beschlossenes Aromenverbot bei E-Zigaretten, ja, gibt es jetzt hier diesen Mythos ein bisschen und so, also, das war das Thema Tabakerhitzer, ja, bedeutet nicht, das bedeutet nicht, dass das nie kommen kann, aber jetzt mal hier Standgas, alles wieder runterfahren, es ist jetzt nicht der aktuelle Stand der Dinge, ja, nur so ein bisschen vielleicht zur Beruhigung, ja. Danke für die ganzen Folgen hier nochmal, wird hier geschrieben, ja, ich danke euch, ich danke euch, es hat mir Spaß gemacht, ihr wart dabei, bei Ausfällen, bei Mikrospinnereien, wie bei mir üblich, so sieht es aus, so ist der Robert, so kann er es besser noch nicht, wird es ja nicht ändern, aber es hat mir auch Spaß gemacht, auch das Rausarbeiten der ganzen, der ganzen Folgen, war schon auch eine spannende Erfahrung, auch für mich, denn ja, auch ich habe hier dadurch einiges gelernt, ja, also wirklich, mir war nicht im Vorfeld klar, was ich hier alles sagen werde, also dann schnappt man sich ein Thema, fuchst sich dann da rein und dann waren für mich auch so ein paar Aha-Erlebnisse dabei, ganz, 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 ganz klare Geschichte, ja. Ja, ja, Jan, ja, jetzt geht es hier um die Sendung Die Dampferschule, die ist ein abgeschlossenes Kapitel, nicht generell hier, Robert und Twitch und ich rauche nicht, nein, 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 ja, gut, jetzt würde ich mal sagen, verabschiede ich mich, angepisster Robert war auch schon mal schön zwischendurch, ja, auch den gibt es, angepissten Robert gibt es auch, aber Gottlob noch nicht, wortwörtlich. Ich bedanke mich, ich sage wirklich nochmal tausend Dank an alle, die immer wieder mit dabei waren, macht es gut und wir sehen uns hoffentlich im Herbst bei einem neuen Format, dass ich immer noch schön dabei bin, auszuarbeiten. Also, bis dahin oder halt so bei einem Zwischendurch-Blausch hier. Macht es gut. Tschüss.